Musik Es ist zwar viel Arbeit, sehr viel Arbeit, aber diese Arbeit, die ist zum Guten. Für mich ist es eine Möglichkeit, innerhalb der Ausbildung, außerhalb Deutschlands Erfahrungen sammeln zu können. Ich habe es auch schon festgestellt, dass die restlichen Gewerke, die hier sind, ein unglaublich starkes Interesse für mein Handwerk zeigen. Wenn sie das auch sehen, vorgeführt bekommen. Dass ich einfach wahnsinnig viel dazugelernt habe. Das eigentliche 7-Bürger-Kulturerbe sind diese vielen Kirchenburgen. Und wir kommen ja aus dem Bereich im Wesentlichen, der was mit Restauration zu tun hat. Und hier haben wir die Gelegenheit, an echten Projekten, auch an echten Objekten, an solchen Kirchenburgen mitzuwirken. Und erhalten damit auch ein Stück des Kulturgut Rumäniens. Ich bin hier in Rumänien und ich bin Teil dieser Kette der Leute, die hier vor 1000 Jahren angefangen haben, das aufzubauen. Dieses Projekt fördert nicht nur die handwerklichen Fähigkeiten und erweitert das Wissen in diesem Bereich. Sondern es schult einen auch in der Persönlichkeit. Ich habe in jedem Fall viel mitgenommen, viel selbstständiges Arbeiten, viel mehr selber mitdenken. Das, was man in Deutschland nicht so in der Lehre mitbekommt. Ich würde gerne welche mitmachen, weil es sehr interessant ist und weil man immer wieder was lernt. Ich denke, dass diese persönlichkeitsbildenden Veränderungen nachhaltig wirken, auch später im Leben dieser Schüler. Ich bedenwist dich. Also diese Erinnerung ist...